Abdeck, Fliesen, Probi-Qualität können wir, aber heute geht es um Goldband, viel wichtiger. Wir sind bei unserem Goldband-Produzenten und schauen uns an, wie das Goldband geschnitten wird. Hier wird unser Goldband geschnitten von der großen Rolle auf die kleine Rolle, auf die 50er Rolle. Hier sind ganz viele einzelne, fertig geschnittene Rollen von unserem Gerz Goldband. Das hier vorne, brauchen wir nicht, das Müll und hier haben wir unser hochwertiges Gerz Goldband. Hier wird das Ganze gelagert und dann geht es weiter zum Verpackungsprozess. Und den schauen wir uns jetzt an. Perfekt. Und schon ist unser Goldband eingeschweißt und verpackt. Was fehlt noch? Das Wichtigste, unser Gerz Salz Label. Ab in den Karton damit. Und so landet das Ganze dann bald bei dir auf der Baustelle. Also, nur vor kurz Zeit, unser Goldband sogar zum Aktionspreis. Nutzt die Chance. Nur bei Gerz Salz. Schaut vorbei. Gerz Salz. Fürs Handwerk die Nummer 1.